sportkanonen und basketball freunde willkommen zu nba 2k 18 wird auch ein spät ja eben ich habe das spiel mir vor nicht bei 24 stunden gekauft im angebot bei steam nimmt die prozent abatt das heißt 1 50 euro einfach nur 13 euro nach lieber glaube ich mir zu wenn die von steam schon ein dreiviertel des preises spart bekomme ja und deswegen war ich auch mit spiel dazu ja und das hält laufen wie ich denke hält hoffentlich länger aus als das und 17 okay diesmal die kurzer ligaüberblick genau tabelle konfronten werden in der western konfronten da gucken also wir stehen hier so die klassischen mannschaften wie kippers zum beispiel und es gibt halt diesmal kann man benutzer definierte mannschaften hinzufügen habe ich gemacht nach den los angeles clip was kommt hier den nach die new york foundation mit nike zeichen warum auch nicht habe ich mir gedownloadet hat eben ein typ erstellt mann für es kennt war in das kämpft an die bikini bottom jellyfish hashtag sponsbord hei kann man erkennen wir ja dann gibt die harry pulp selbst die mannschaft die ich mir selbst erstellt habe sonst war es das niederkonferenz in der eastern konfu konfront gibt es ja sonst könnte man dann die jrn billionaires dann die dann new york spiderman 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 ja das tut ich glaube ich krieg jetzt kein äh claim dafür na gut ich ich monetarisiere eh nicht aber ähm und dann noch das washington team 24k ja genau mwp beginnen nennen also erst mal alles aus der liter kit man hier vielleicht social media zurück zum besten zu meiner zeit nun mit den spiel in der welt hashtag mpa start gibt zeit so viel zeuge das wäre ich jetzt hier ok aber ich würde sagen deswegen beginnen wir jetzt auch mal mit dem spiel einstellungstechnisch ähm wir spielen dass das was nicht ich bin auf profi an die fälte dauert fünf minuten ähm ich hoffe ich krieg das ein profi hin wenn nicht muss ich eine stufe ähm runter gehen wenn es zu schwer wird aber wird sagen also wir spielen das erste spiel gegen die washington bursatz zu hause also ich spiele natürlich mit dem team wird ausgewählte spiele halt spielen und deshalb so das erste spiel mit meiner mannschaft würde ich mache ich das jetzt einfach mal ich werde ausgewählte spiele spielen nicht alle auch nicht alle von meiner mannschaft sondern nur ausgewählte spieler wenn irgendwas besonderes ist wie der saison anfangen und halt mit meiner mannschaft die ich erstellt habe deswegen ja wir spielen zu hause da könnt ihr auch mal meine arena sehen die ich mir erstellt habe deswegen spiel starten ich spiele ähm wenn sie dann noch kurz kurz was gucken n n n n n n n n die Bezüglichkeit geht ihr zwar nicht aber okay ja wir spielen mit den Harvard Palms die gut technisch da habe ich hier er guckte ich bin ich bin so Trikots dann ich spiele mit meinem Handwerk gut als Mannheim dann gibt es hier mein auswärts und Statement alles dritte ich bin mit Heim die Spielen Weihnachten, Association also Heim, Icon, Auswärts und Statement ist so ähnlich das eigentlich und das mit Weißspielen so okay und damit jetzt viel Spaß mit der Pygame Show okay Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Verdammt. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Mist. Mist. Oh, verdammt. Gut. 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 Okay. Gut. Gut. Neuembwelt. Ach, verdammt. Oh, yeah. Nice. Und nochmal ein kurzer Wechsel. Mit meinem Team. Okay. Tja, erste Pferde war nicht so wirklich was. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass wir hier... Warte, 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 jetzt passt das. Ja, das Aufwand meine ich, aber nein, wir machen das nicht weiter. Okay. Okay. Okay, gut, ich hab Ball. Ich hab mal mein Team hat Ball. Alter, nice. Tja. 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 Okay. Ähm, der das übrigens hat das Spiel, was ich hier jetzt spiele. Die Gas? Mist. Okay. 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 okay auswechseln bei denen geht doch ah sorry ja 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 das war ein knappes ding ja ja okay er hat mich gewundert wenn der nicht reingegangen wäre ach verdammt okay okay time out for my team okay 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 just okay 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 Vielen Dank.